Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspiel-Tester mit dabei wie immer Michaela und Christian und wir haben hier das Spiel Schotten Totten 2 ausgebreitet in seiner epischen Menge, sage ich einfach mal. Und wir starten wie immer erstmal mit den Rahmendaten. Schotten Totten 2 ist ein Spiel von Rainer Knizia für zwei Personen ab acht Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 20 Minuten angegeben, ist bei Yellow erschienen, jetzt auf Deutsch im Vertrieb bei Hattertrade GmbH und CoKG und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 13,30 Euro. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, Schotten Totten 2, gibt es natürlich auch noch einen Vorgänger, Schotten Totten. Wir können da schon mal vorweg sagen, wir kennen Schotten Totten nicht, wir haben jetzt Schotten Totten 2 kennengelernt und gespielt. Von daher können wir keine Vergleiche ziehen und auch nicht sagen, welches besser ist, wie das weiterentwickelt wurde, was auch immer. Dazu können wir leider nichts sagen. Genau, aber wir können was zu der Story sagen und zwar ist es im Prinzip so eine Art Tower-Defense-Spiel. Das heißt, einer ist der Verteidiger, das bin ich jetzt hier in diesem Aufbau, sage ich mal. Als Symbol habe ich das Hühnchen, richtig, genau. Und dann gibt es einen Angreifer, der ist auf der Seite. Das ist der Koch, das ist natürlich der Michaela. Unterschied ist hier, man sieht hier so Karten aufgedruckt auf den jeweiligen Mauerplättchen und die in diese Richtung zeigen, da ist der, die auf dieser Seite sind, genau, da ist halt eben der Angreifer. Auf der anderen Seite ist der Verteidiger. Die sind auch beidseitig. Das heißt, wenn es dem Angreifer gelingt, hier durchzubrechen, dann wird quasi dieses Plättchen umgedreht. Wenn vier von diesen umgedrehten Karten ausgebreitet sind, hat der Angreifer gewonnen. Oder wenn er es schafft, ein zweites Mal das gleiche Mauerplättchen zu durchdringen, dann hat er auch gewonnen. Ansonsten, der Verteidiger gewinnt, wenn der Nachziehstapel vollständig aufgebracht ist, die letzte Karte weggenommen wird. Dann hat der Angreifer nochmal einen zusätzlichen Zug. Und wenn er es dann nicht geschafft hat, vier gelbe, also vier normale Durchbrüche oder einen doppelten zu erreichen, dann hat der Verteidiger gewonnen. Genau, und wir kommen erst mal vielleicht zum Spielmaterial, wie Christian schon gesagt hat. Wir haben hier Mauerplättchen, die sind beidseitig bedruckt. Auf einer Seite ist immer die unbeschädigte Seite, auf der anderen Seite ist die beschädigte Seite. Es gibt sieben Stück, die könnt ihr hier in beliebiger Anordnung hinlegen, aber natürlich mit der unbeschädigten Seite nach oben. Und so ausgerichtet, wie Christian auch schon gesagt hat, dass der Angreifer in diesem Moment, der Koch, das bin jetzt ich, der schaut natürlich auf die Mauer und das Hühnchen, der Verteidiger, der steht natürlich in der Burg, also der steht auf der Rückseite. Also der, ich sag mal, Angreifer, der schaut immer auf die Seite, das kann man sich vielleicht am besten merken, wo auch die Formationen auf den Mauerplättchen drauf sind, die man braucht, um einen Mauerdurchbruch zu schaffen. Der Verteidiger bekommt dann noch drei Ölkessel, er darf nämlich bis zu dreimal im Spiel einen Ölkessel werfen, um damit eine Karte auf der Seite des Angreifers, ich sag mal, abzuwerfen, wegzubekommen von der Mauer. Dann gibt es hier 60 Belagerungskarten, die gibt es in insgesamt fünf verschiedenen Farben und jeweils in der Nummerierung 0 bis 11. Und man kann sich vorstellen, 0 ist natürlich die schwächste Karte und 11 ist letztendlich die stärkste Karte. Die werden zu Spielbeginn gemischt und dann je nachdem, welche Variante ihr spielt, in der normalen Variante, ohne die Taktikkarten, es gibt nämlich noch elf Taktikkarten. Also wenn ihr ohne die Taktikvariante spielt, bekommt jeder Spieler sechs von diesen Belagerungskarten auf die Hand. Wir spielen jetzt aber mit der Taktikvariante mal, da bekommt jeder sieben von diesen Belagerungskarten auf die Hand. Die Taktikkarten, die bringen euch bestimmte Vorteile im Spiel, das zeigen wir euch dann daher nochmal, das sind insgesamt elf Stück. Die werden einfach zu Spielbeginn aufgemischt und dann werden die als verdeckter Nachziehstapel auch bereitgelegt. Jeder Spieler hat dann noch eine Spielhilfe, denn wie Christian ja schon gesagt hat, es geht darum, der Angreifer möchte entweder vier unterschiedliche Mauerstücke erfolgreich angegriffen haben, dann hätte er gewonnen. Oder wenn er ein beschädigtes Mauerstück doppelt erfolgreich angegriffen hat, dann hätte er auch gewonnen. Und wie machen wir das? Es gibt hier auf den Mauerstücken erstmal bestimmte Formationen vorgegeben. Und zwar sieht man hier auf jedem Mauerstück, wie viele Karten da auf jeder Seite maximal angelegt werden dürfen. Also hier sind drei Karten abgebildet, hier auch, hier zwei, drei, vier und so weiter. Also hier dürfte man zum Beispiel, der Angreifer dürfte hier maximal vier Karten anlegen und der Verteidiger auch. Also das, was hier an Karten angegeben ist, gilt immer für beide Seiten. Mehr Karten dürfen auch jeweils nicht angelegt werden, um das Mauerstück entweder erfolgreich anzugreifen oder erfolgreich zu verteidigen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man halt mit Karten, die man ausspielt, dann letztendlich entweder erfolgreich verteidigen oder angreifen kann. Da gibt es hier zum Beispiel den Farblauf, das heißt in einer Farbe eine aufsteigende Reihenfolge auslegen. Man darf die Karten auch, ich sag mal, beliebig ablegen. Das heißt, man muss jetzt nicht zwingend wie hier drei, vier, fünf, sechs ablegen, sondern man könnte auch zuerst die sechs, dann die vier, dann die fünf und dann die drei ablegen. Also die Reihenfolge ist da egal, aber es muss am Ende halt ein Farblauf in der gleichen Farbe mit einer aufsteigenden Reihenfolge dann vorhanden sein. Oder es gibt die gleiche Stärke, da können einfach verschiedene Karten mit der gleichen Stärke auslegen. Oder die Farbe, das heißt die Karten müssen alle die gleiche Farbe haben. Es gibt auch einen Lauf, das ist unterschiedlich zum Farblauf, da ist nämlich die Farbe dann egal. Das heißt, ihr könnt hier unterschiedliche Farben verwenden, müsst aber eine aufsteigende Reihenfolge nachher haben. Das ist im Prinzip wie bei Poké, das ist ein Streetflash und das ist einfach nur ein Street. Wie auch immer, wenn du das sagst, würde das schon so sagen, ich kenne nicht Poké. Es ist eine Straße, sondern es ist eine Farbstraße. Genau, und hier unten, auch hier ist es dann natürlich wie hier oben, wie ihr die Karten ausspielt. Also ihr könnt auch zuerst die vier ausspielen, dann die fünf, dann die drei und dann die sechs. Nur es muss am Ende dann halt, ich sag mal, so ein Lauf dann erkennbar sein. Und dann gibt es noch die Summe, das ist die schwächste. Also diese Formationen sind hier auch in der, ich sag mal, Stärke abgebildet. Ein Farblauf ist stärker als ein Lauf. Gleiche Stärke ist stärker als die Farbe. Also man sieht hier schon von oben nach unten die stärkste Formation bis zur schwächsten Formation. Ganz unten ist die Summe, da kann man einfach beliebig farbige Karten, da würde einfach die Summe dann zusammengezählt werden. Und hier bei den Mauerabschnitten sieht man auch schon, welche Formationen gefordert sind. Also hier zum Beispiel, wo jetzt hier drei Plus-Symbole drauf sind, da ist tatsächlich nur die Summe interessant. Das heißt, selbst wenn ich da einen Farblauf hinlege und der Verteidiger hat da eine Summe, aber eine höhere Summe als ich mit meinem Farblauf habe, ist mein Farblauf schlägt dann nicht die Summe. Weil hier ist als Formation gefordert die Summe. Von daher sind stärkere Formationen dann überhaupt nicht interessant. Es gibt hier hinten auch noch mit Minus, das heißt, da ist natürlich dann die niedrigste Summe dann entscheidend. Wenn hier nichts weiter auf den Karten drauf ist, dann kann man alle Formationen, die hier drauf sind, versuchen zu bilden und die stärkste Formation gewinnt dann letztendlich. Wenn man die umdreht, gibt es auf der Rückseite auch noch andere. Hier zum Beispiel, ich gebe das mal ein bisschen höher, da ist jetzt nur entscheidend die Farbe und die Summe, alles andere nicht. So, da haben wir hier noch das nochmal Farbe und Summe. Wir hatten noch einmal, genau hier ist noch entscheidend, nur gleiche Stärke und Summe. Was anderes ist dann nicht entscheidend und ich glaube, das war es auch. Ach hier, genau, es gibt hier noch einmal ein, hier ist nur Lauf und Summe entscheidend letztendlich. So, und dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal los. Ich mache mal eine Spielerhilfe hier zur Seite. Sieben Karten haben wir ja, da wir jetzt ja mit der Taktikvariante spielen. Und es ist immer so, dass der Angreifer den ersten Zug hat. Und in seinem Zug durchläuft man immer vier Phasen. Und zwar gibt es immer so eine optionale Phase. Wenn der Angreifer am Zug ist, ist seine optionale Phase, dass er sich zurückziehen könnte. Das heißt, würden jetzt hier schon irgendwo Karten ausliegen bei Mauerabschnitten, könnte ich bei beliebig vielen Mauerabschnitten die Karten abräumen. Und die würden dann einfach offen in die Auslage gelegt werden. Das ist der optionale Zug des Angreifers. Danach würde ich eine Karte ausspielen, dann würde ich wieder nachziehen. Und am Ende könnte ich auch noch meines Zuges oder zu einem beliebigen Zeitpunkt meines Zuges, könnte ich auch noch die Führung ansagen. Führung bedeutet, dass ich meine bei einem Mauerabschnitt gewinnen zu können gegen den Verteidiger. So, dass dieser Mauerabschnitt entweder beschädigt wird oder dass ich ihn vielleicht sogar ein zweites Mal beschädige und damit dann das Spiel gewinne. Christian als Verteidiger hat als optionalen Spielzug, er kann einmal pro Zug einen so einen Ölfass schmeißen. Hätte ich jetzt hier schon liegen und Christian wäre ein Zug, könnte er zu Beginn seines Zuges sagen, er schmeißt einen Ölfass auf einen beliebigen Mauerabschnitt. Und da würde dann die oberste Karte auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Angreiferseite, weggenommen werden. Deswegen ist auch wichtig, dass die Karten gestaffelt gelegt werden und dass auch die Reihenfolge nicht geändert wird, weil durch das Ölfass immer die, dem Mauerabschnitt am nächsten liegende Karte dann aus dem Spiel entfernt wird. Aber das kann Christian immer nur einmalig zu Beginn seines Zuges machen und maximal bis zu dreimal im ganzen Spiel, weil drei Ölfässer hat er ja nur. So, dann bin ich ja dran. Meine optionale Phase kann ich jetzt ja noch nicht ausführen, ich habe ja noch gar keine Karten hier liegen, von daher kann ich noch keine Karten abräumen und aus dem Spiel nehmen. Von daher ist jetzt die erste Aktion in meinem Zug, ich spiele eine Karte aus. Grundsätzlich ist es so, dass man jede Karte an jedem Mauerabschnitt anlegen kann, aber man versucht natürlich mit diesen Karten, die man ausspielt, letztendlich den Mauerabschnitt für sich zu gewinnen oder für sich zu verteidigen letztendlich. Von daher schaut man natürlich schon, wie man das am besten ausspielt und man muss natürlich die Vorgaben des Mauerabschnittes einhalten, was ich schon gesagt habe, also hier dürfen von meiner Seite aus maximal drei Karten angespielt werden und von Christians Seite auch maximal drei Karten. So, jetzt darf ich nachziehen. Wenn ihr ohne die Taktikvariante spielt, könnt ihr natürlich nur vom Belagerungskartenstapel nachziehen. Wenn ihr mit der Taktikvariante spielt, könnt ihr jetzt auch davon nachziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und was es dann damit gleich auf sich hat, zeige ich euch dann nochmal. Und dann wäre Christian jetzt dran. Genau, optionale Phase, ich könnte halt eben jetzt so ein Ölfass neben draufschmeißen, dann fliegt das raus. Dann habe ich nur noch zwei für das restliche Spiel, von daher mache ich das jetzt noch nicht. Ich spiele auch erstmal eine ganz normale Karte hier aus. Also ich muss die auch nicht auf die Seite legen, wo Michaela jetzt gestartet hat, sondern ich kann die hier frei wählen, weil momentan bin ich da relativ entspannt an der Stelle. Und auch ich ziehe eine von den Taktik-Karten. Okay, dann meine optionale Phase möchte ich jetzt auch nicht machen. Ich möchte nämlich jetzt wegräumen. Ich habe die Karte da ja gerade erst hingelegt, das wäre ja ziemlich doof. Von daher spiele ich jetzt eine Karte und kann wieder eine Karte nachziehen. Und ich ziehe diesmal eine Belagerungskarte nach. Und Christian ist dran. So, dann schläge ich einmal die hier hin und ich ziehe eine normale. Buh, total am Willen hier. So, dann bin ich wieder dran. Meine optionale Option führe ich nicht aus. Ich spiele eine Karte aus. So, jetzt habe ich hier von meiner Seite aus schon drei Karten liegen. Das heißt, ich darf hier keine weiteren Karten anlegen. Und ich habe jetzt hier praktisch die Formation gebildet, gleiche Stärke. Das ist eigentlich das Zweitbeste, was es gibt bei den Formationen. So, und jetzt ist es ja immer so, dass man erstmal muss jetzt seine Karte nachziehen. Das mache ich jetzt erstmal. Und ich könnte jetzt ja zu jeder Zeit in meinem Zug die Führung ansagen. Führung kann ich immer nur dann ansagen. Wenn die Formation auch vollständig ist. Das heißt, auf meiner Seite müssen auch so viele Karten an dem Mauerabschnitt liegen, wie auch auf diesem Mauerabschnitt angegeben. Das heißt, hier drei Karten sind gefordert. Drei Karten liegen da. Das heißt, ich könnte jetzt die Führung ansagen. Wenn ich die Führung ansage, gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Leg mal einfach mal drei Karten hin. Oder wir legen hiervon, damit ich deine Karten nicht sehe, einfach mal... Oh, toll. Super nachgezogen. Einfach mal drei Karten hin von Christian. Eine Option oder eine Möglichkeit wäre jetzt, dass auf der Verteidigerseite auch drei Karten liegen. Das heißt, die Formation von der Verteidigungsseite ist auch vollständig. Dann würde jetzt erstmal geguckt werden, was ist hier gefordert. Hier ist jetzt ja jeder Formationstyp möglich. Und welcher Formationstyp ist davon jetzt der stärkere? Das ist eindeutig meiner, weil Christian hat hier nichts. Christian hat hier im Prinzip nur Summe. Das ist das Unterste halt eben. Das ist das Unterste. Von daher, gleiche Stärke schlägt Summe. Hätte Christian jetzt hier noch eine 11 liegen, hätte er natürlich auch dann die gleiche Stärke. Und wenn dann, ich sag mal, die gleiche Formation ausliegt, würde man natürlich gucken, wer die höhere Summe hätte. Also hätte Christian jetzt hier noch eine 11 ausliegen, hast du zufällig eine in der Hand? Also würde jetzt hier noch eine blaue 11 ausliegen. Wir tun jetzt immer so, als wenn die 1 hier eine blaue 11 wäre, dann hätte Christian ja auch gleiche Stärke. Hätte aber die höhere Summe, dann hätte er gegen mich gewonnen. Hätten wir jetzt sogar beide die gleiche Summe dann noch in dem Moment, dann hätte derjenige gewonnen, der seine Formation als erstes fertiggestellt hat letztendlich. So, das haben wir jetzt hier aber nicht. Von daher legen wir die Karten mal wieder ab. Wollen wir die noch mischen? Wir wissen, dass das für Karten auch drauf sind. Das habe ich sinniger nicht. Die 11 hätten mir natürlich extrem gut zu Pass gekommen, aber du hättest ja auch eine 11 gekriegt. Von daher ist das, glaube ich, fair, wenn wir da einfach nochmal durchmischen. So, das sind die zwei Möglichkeiten, wenn man eine Formation ansagt, was dann passieren kann. Eine Führung ansagen. Eine Führung ansagen, nicht Formation, sondern eine Führung. Begrifflichkeiten. Genau. Aber momentan, wie gesagt, kann Michaela das nicht machen, weil es liegt ja noch nichts außer diesen paar Karten da. Doch, ich könnte. Das wollte ich nämlich gerade damit sagen. Ich kann ja immer Führung ansagen, aber ich kann nur Führung ansagen. Wenn ich dann auch, weil das haben wir noch nicht gesagt, dann muss ich nämlich jetzt auch beweisen, dass anhand der ausliegenden Karten, also sowohl hier ausliegenden, als auch wenn wir jetzt hier schon welche abgeworfen hätten, du keine Formation da drüben bilden könntest, die meine nicht schlägt. Und das kann ich ja momentan gar nicht, weil Christian könnte jetzt ja noch mit drei Neuen oder drei Elben auf jeden Fall drüber kommen. Oder vielleicht sogar einen Farblauf bilden. Damit könnte er auch drüber kommen. Also wenn man die Führung ansagt, als Angreifer, muss man immer beweisen, mit den offen liegenden Karten, also allen Karten, die allen Spielern bekannt sind, Handkarten sind davon ausgenommen. Die werden dann nicht und auch nicht, was noch im Stapel liegt, sondern was hier liegt und was auf dem Ablagenstapel liegt. Damit muss der Angreifer zeigen, dass seine Formation nicht übertrumpft werden kann, egal was der Verteidiger jetzt noch auslegen könnte. Okay, dann bin ich am Ende meines Zuges. Sieben Karten habe ich auf der Hand und Christian ist dran. Ja gut, dann machen wir hier mal weiter. Das heißt, ich mache hier auch, hier sind ja drei Karten vorgegeben. Ich gehe hier momentan auf die Sechsen. Als Alternative dazu, ob das nachher funktioniert, gegen Michaela wird man sehen. Und ich ziehe erstmal wieder ganz normal eine Karte nach. Du willst da also auch eine gleiche Stärke sozusagen bilden. Jupp. So, so, so hast du das also gedacht. So, dann würde ich einfach auch mal hier eine Karte ausspielen. Meine optionale Option, dass ich hier irgendwo was abräumen möchte, mache ich wieder nicht. Dann ziehe ich wieder eine Karte nach. Und Christian ist dran. So, mache ich dich. Das heißt, es sind drei Karten. Du hast da schon eine gleiche Stärke ausgelegt. Ich werde mal die hier hinlegen. Und dann ziehe ich mir doch nochmal eine Taktik-Karte nach. Und Christian ist dran. So, und ich gehe mal hier so hin. Na, was das so wird. So, und ich spiele jetzt einfach mal, um euch auch mal eine Taktik-Karte zu zeigen. Man kann nämlich dann, wenn man mit der Taktik-Variante spielt, kann man entweder so eine Belagerungskarte spielen oder man spielt eine Taktik-Karte. Ich habe jetzt hier eine Explosion. Wirf alle Karten auf beiden Seiten eines Mauerplättchens deiner Wahl ab. Die Taktik-Karte lege ich jetzt hier bei mir hin. Warum erzähle ich euch gleich noch? Und ich lasse mal hier. Bei mir ist nichts. Also werfen wir mal diese Karten an. Oh, wie gewollt. Und jetzt, ich stelle mal unsere Figuren so ein bisschen an die Seite. Meiner kriegt hier sowieso dauernd auseinander, mein Koch. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich stelle die mal auf deine, beziehungsweise hier hin so. Diese Karten sollte jetzt so ein bisschen nach Farben sortiert offen hinlegen, weil die Karten bleiben nämlich offen liegen. Weil das gehört nämlich zu den Karten, was ich schon sagte, wenn man nachher beweisen muss, dass man die Führung ansagen muss, dass diese Karten nicht mehr im Spiel sind und dass damit der Gegner halt keine bessere Formation mehr bilden kann. So, und bei Taktik-Karten ist es immer so, man darf grundsätzlich immer nur eine Taktik-Karte mehr als der Gegner ausgespielt haben. Das heißt, Christian hat momentan noch keine Taktik-Karte ausgespielt. Ich habe eine ausgespielt. Das heißt, ich darf jetzt erst mal momentan keine weiteren Taktik-Karten ausspielen, bis Christian dann vielleicht auch endlich mal eine Taktik-Karte ausspielt. Machen wir mal vor euch hier keinen Druck aufbauen. Ja, also das heißt, ich darf jetzt noch eine Karte nachspielen, äh, zieh nicht spielen, nur zieh mal eine Karte entsprechend nach. Also ich habe jetzt hier eine 5 gelegt, ich kann also gleich wieder meine Lücke hier auffüllen, in der Hoffnung, dass ich da was bewirken kann. Na, kannst du dann mal hoffen, ich spiele hier auch mal eine 5 hin, wenn du dann eine 5 spielst, dann ziehe ich mal eine Karte nach. Und du bist dran. Eine 4, oh, er macht einen Lauf, das ist natürlich übel. In der Hoffnung, dass Michaela jetzt hier auf gleiche 5 gehen wollte, also auf gleiche Zahl gehen wollte. Und ich hätte jetzt hier 4, 5, das heißt, ich brauche in Rot noch eine 3 oder eine 6 und dann ist das halt eben die oberste Geschichte im Farblauf, wo sie nicht mehr gegen an kann, weil die 6 ist ja schon weg. Also Michaela könnte jetzt nicht 5, 6, 7 bauen hier auf der Seite in Blau, weil die 6 ist schon weg, das sehe ich ja. Von daher bin ich da taktisch eventuell im Vorteil. Eventuell ist es kein Vorteil. Es sei denn, Michaela hat in Rot die 6 oder die 3, dann hätte ich einen Nachteil. Aber ich habe ja zum Glück ja auch eine Taktikkarte gelegt und da gibt es auch Joker und zwar Joker, die jede Farbe und auch jede Zahl... Die kannst du ruhig einfach nur die Kamera halten, die anderen können sie doch ruhig sehen. Ja, aber du nicht. Ja, aber die... Mach die Augen zu. Ja, ich mach die Augen zu. Das ist jetzt kein Joker an der Stelle, aber es gibt eben Joker. Jetzt durfte ich diese Karte nicht sehen. Aha. Das ist ja mal... Ich sehe deine Karte noch nicht, von daher... Nee, das muss ja auch nicht sein, dass du meine Karte... Ach, da muss es dann nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass du das nicht mehr kriegst, aber... Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe diese Karte auf der Hand, von daher weiß ich auf jeden Fall, dass Christian nicht kriegen kann. Der kann jetzt da nur noch eine 3 legen, aber ich kann auch keine 6 legen, von daher kann ich da nicht mehr höher kommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übel, sprach der Dübel. Und Farblau ist natürlich das Stärkste, was es gibt. Von daher, ich mach mal, ja ja, ich mach mal die optionale Option, die ich ja immer zu gehen meines Zuges habe. Das heißt, ich darf ein beliebig viel Mauerplättchen mich zurückziehen und da die Karten abwerfen. Die kommen natürlich auf den Ablagestapel. Ich sortiere die jetzt mal ein bisschen farbgerecht hin. Seht ihr das noch? So. Und dann muss ich ja eine Karte ausspielen von meinen Handkarten und irgendwie habe ich nicht so tolle Karten auf der Hand. Ich würde ja ganz gerne da noch ein bisschen weitermachen. Die darf ich ja noch nicht ausspielen, weil das ja wieder eine Taktikkarte ist. Die hier übrigens, das ist so eine Halbjoberkarte, die nimmt, wenn der Angreifer die Führung ansagt, eine beliebige Farbe an. Aber von der Stärke entweder nur die 1, die 2 oder die 3. Ach cool, wir können mal tauschen, gib mal die mal. Nee. Weil die würde genau hier hinpassen. Nee. Das wäre dann mit 3 in Rot und dann hätte ich dann Farblau. Sehr schön. Nee, die kriegst du jetzt nicht von mir. Du bist aber auch manchmal ein bisschen fleischig. Das sehe ich jetzt nicht so ein. So die Gelb, da mit Farblau, da habe ich auch nicht. Die 6 ist schon raus. Das ist irgendwie alles ein bisschen misslich. Und hier, da ist die 8 schon weg. 6, 7, 8. Also von daher, irgendwie ist das alles nicht so dolle, was ich hier auf der Hand habe gerade. So, ich spiele jetzt einfach mal. Momentan sind meine Karten nicht so doll. Von daher, ich spiele jetzt mal die Karte hier hinten an. Hier ist ja die niedrigste Summe gefragt. Von daher spiele ich jetzt ja mal hier meine 2 an. Und dann ziehe ich wieder eine Karte nach. Ich packe hier eine 3 in Grün hin und ziehe die Karte hin. 3 in Grün. Was hast du mit der 3 vor? Ich fand es lustig. Du fandst das lustig? Ja. Mit der 3? Dann lege ich mal, ich habe jetzt hier noch eine 1 aufgenommen. Hier ist ja die niedrigste Summe gefordert. Und 3 Karten dürfen dann maximal liegen. Von daher nehme ich die mal auf. Eine 7 in Grün. Was willst du da jetzt gleiche Farbe machen? Ja. Ah. Gleiche Farbe. Da habe ich hier mal die gleiche Zahl, sprich Stärke, ist relativ schwierig. Deshalb dachte ich, ich gehe mal auf. Dann fangen wir hier mal. Wenn du auf sowas gehst, dann versuche ich mal was anderes. So. Und jetzt machen wir hier den ganz wichtigen Zug. Und zwar ist es von der Massenmacht. Diese 11 ist natürlich immer extrem stark. Und ich bin ja nur so ein armes, kleines Grün. Hühnchen. Aber ich habe halt eben einen Special Move. Den hat Michaela allerdings auch. Und zwar kann man eine 11 aus dem Spiel kicken, indem man eine 0 in der gleichen Farbe spielt. Das heißt, Michaela hat hier eine 11 in gelb. Und ich lege jetzt hier eine 0 in gelb hin. Und die eliminiert quasi die, sodass diese Karte auf den Ablagestapeln muss. Wir packen hier mal farbgerecht hier hin. Und leider muss dann auch die von Michaela raus. Das heißt, auf beiden Seiten fliegen sie raus. Das geht auch andersrum. Also angenommen, gerade jetzt hier bei dieser... Hier geht es ja darum, die wenigsten Punkte zu haben. Wenn ich hier eine 0 gespielt hätte... Wir können es auch so rum machen. Ich hätte die 0 hier gespielt und da ist die 11 da. Das wäre ja kein Fall. Also angenommen, ich hätte die 0 hier und Michaela hätte jetzt hier als dritte Karte die 11 gespielt, dann haut die 11 meine 0 auch raus. Das ist aber ein ganz normaler Zug. Das heißt, ich ziehe jetzt eine Karte nach und Michaela ist wieder dran. Das ist doch schon mal schön. Dann spiele ich doch hier mal die nächste Karte hin und ziehe mal eine Karte nach. Das war jetzt aber nicht sehr freundlich von dir, möchte ich mal so sagen. Wie bitte? Das war nicht sehr freundlich von dir, möchte ich mal so sagen. Wie bitte? Das war nicht sehr freundlich von dir. Soll ich das noch häufiger sagen? Von dir aus. Von dir aus ist dir egal, ne? Ich weiß. Läuft. So, das ist alles total blöde. Ich mache das mal so. Ich habe nicht so die schönen Karten. Nicht so die schönen Karten. Ich lege mal hier was hin. Ui. Ja. Wie viele Elben hast du denn? Glück gehabt. Die weiß ich, kann Christian mir schon nicht mehr rausholen, weil die blaue 0 habe ich. Ich würde das sonst normalerweise nicht zeigen, aber jetzt mache ich es mal für euch. Ich lege noch die da hin. Also man sieht schon, seine optionale Aktion macht man relativ selten. Ich hätte jetzt ja sonst immer zu Beginn meines Zuges hier Karten von Mauerabschütten wegräumen können, aber man spielt eigentlich meistens immer eine Karte aus und zieht eine Karte nach. Und vom Taktik-Kartenstapel, welche nachziehen, macht bei mir jetzt halt nicht so viel Sinn. Ich habe ja noch maximal sieben Karten und ich möchte natürlich auch eine große Auswahl haben. Und wenn Christian jetzt nicht keine Taktik-Karte spielt, ich darf ja momentan keine spielen, weil Christian kommt ja mit den Taktik-Karten irgendwie nicht so richtig da zu Potte. Er will ja scheinbar keine spielen. Ja, ja, ist klar. So, jetzt können wir vielleicht nochmal ganz kurz... Nein, bist du jetzt fertig? Nein, genau, das wollte ich mir nochmal ganz kurz sagen. Jetzt könnte ich ja wieder Führung ansagen, weil ich habe jetzt ja hier die höchste Summe. Hier ist bei diesem Mauerplättchen zählt ja keine andere Formation als Summe. Das heißt, wenn jetzt hier einer einen Farblauf legt, ist egal, gleiche Stärke, Farbe, Lauf, ist alles egal. Hier zählt tatsächlich nur die Summe bei diesem Mauerplättchen. Ich hätte jetzt hier 32 in Summe. Ich müsste jetzt aber beweisen, dass Christian mit keinen Karten auf dieser Seite höher kommen könnte. So, und ich habe jetzt, wir können zählen, wir hatten ja gesagt, es gibt fünf verschiedene Farben und jede Karte gibt es von 0 bis 11. Es sind jetzt 1, 2, 3 Elben erst raus. Das heißt, es gibt noch zwei Elben. Das heißt, Christian könnte hier noch zweimal eine Elf anlegen und hätte damit die gleich hohe Summe wie ich, aber wäre dann später dran gewesen. Von daher kann ich hier Führung sagen und habe dieses Mauerplättchen gewonnen, weil Christian kann zwar mit Karten, die noch im Spiel sind, diese, ich sage mal, Formation bilden, aber er würde sie nach mir bilden. Und bei gleicher Summe würde dann halt der Gewinn, der es zuerst gelegt hat, sage ich jetzt mal so. So, dann werden alle Karten, die da sind, abgeräumt. Dieses Mauerplättchen wird umgedreht. Das heißt, ich habe schon mal meinen ersten... als neue Voraussetzung genannt. Genau, das ändert sich dann auch, wenn man die Mauerplättchen umdreht. Wenn sie beschädigt sind, dann ändert sich das. Und ich komme erst meinem Ziel schon näher. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch dieses Mauerplättchen ein zweites Mal beschädigen. Dann hätte ich gewonnen. Oder ich müsste noch drei weitere Mauerplättchen beschädigen. So, und ich muss jetzt mal ganz kurz eben gucken. Ich habe ja schon eine Karte nachgezogen. Von daher ist Christian wieder dran. So. Und spielst du endlich mal eine Taktikkarte? Nein. Nein. Ich habe jetzt... Hier hat Michaela ja die Elf gespielt. Von daher brauche ich die Null nicht mehr, um die auszuhebeln. Und kann die jetzt hier wunderbar auf diese Seite legen, wo es ja um die wenigsten Punkte geht. Wunderbar. Und dann kann ich ganz entspannt meine neue Karte wieder nachziehen. So, und ich mache jetzt hier mal als erstes... Ich nutze meine optionale Aktion. Ich räume hier mal ab bei einem Mauerplättchen. Das heißt, wir haben hier einmal die... Ich kann auch meine Spielerhilfe hier sonst aus dem Spiel legen oder die ein bisschen tiefer. Die kommt ja hier zu den grünen hin, die 1. Machen wir hier mal einen neuen mit der 2. Meine Spielerhilfe kommt jetzt ein bisschen raus. Oder ich lege die hier mal zu meinem Koch hin. Der fällt immer auseinander, der Koch. Der will nicht stehen. Ich glaube, wir wissen, dass du der Angreifer bist. Und dann lege ich hier mal auch mal eine Null hin und ziehe entsprechend wieder eine Karte nach. Und Christian ist dran. So, ich packe jetzt hier eine 3 hin. Damit habe ich jetzt hier einen Farblau. 5, 4, 3 in Rot. Das heißt, Michaela müsste jetzt hier mindestens eine 6, 5, 4 haben, um halt eben mehr zu haben. Würde sie auch eine 5, 4, 4, 5, 4, 3 haben. In der gleichen Farbe bringt das nichts, weil ich habe hier zuerst dicht gemacht. Von daher ist dieses Mauerplättchen für mich relativ safe, sage ich mal. Und ich hoffe, das bleibt bis zum Spielende so. So, und jetzt müsst ihr vielleicht einmal gucken. Du hast ja hier eine 6 gelegt. Das heißt, du kannst ja nur noch eigentlich mit einem... Warum jetzt lege ich den ja mal ein bisschen hier zur Seite. Ich habe ja hier gleiche Stärke gelegt. Das heißt, damit Christian hier stärker sein muss als... Also, ja, sein muss als ich, muss er mindestens einen Farblau da hinlegen. Ja, wo ist das Problem? Und von daher kann ich auch noch keine Führung hier ansagen, weil das alles noch möglich ist. Weil anhand der offen liegenden Karten sind noch nicht die 7, 8, 9, sind noch gar keine... Genau, weil das ist ja die schwarze Farbe, sage ich mal. Oder diese dunkelbraune Farbe, da ist bisher nur die 2 raus. Und die 6 liegt hier. Ansonsten liegt von der Farbe hier gar nichts. Das heißt, auch wenn Michaela jetzt zum Beispiel die 5 und die 3 in dieser Farbe auf der Hand hätte, bringt ihr das nichts, weil das offen ausliegen muss. So, hier könnte ich jetzt ja mit Lauf und Summe... Hier müsste ich ja nur noch das Mauerplättchen einmal praktisch durchbrechen. Dann hätte ich ja komplett gewonnen. Aber ihr seht mit meinen Karten, das ist echt sehr schwer möglich. Wenn ich jetzt die 5 lege, die 6 ist raus. Die 4 ist noch nicht raus. Also, ich könnte nach unten vielleicht gehen. Blau ist blöd. Da sind die 5 und die 6 schon raus. Nach unten wäre die 2 auch schon weg. Also, die 3 habe ich hier sogar schon liegen. Also, irgendwie ist das hier mit meinen Karten grün. Die 11 ist schon raus. Die 8... Also, hier werden ja nur Formationen, Lauf und Summe berücksichtigt. Von daher ist es aus meiner Sicht mit meinen Handkarten... Also, in erster Linie Lauf und danach, wenn beide einen Lauf haben, werden die einzelnen Werte zusammengerechnet und dann entscheidet die Summe. Genau. Genau. Also, von daher ist das gar nicht so einfach. Was hast du hier vor? Da wolltest du gleiche Farbe machen. Ja. Ich kann ja nicht die Gap hier schließen. Da müssen sie ja 4, 5, 6 rein. Und ich habe ja nur noch 2 Karten, die da liegen. So, ich mache mal hier die Karte und nehme eine Karte. Und Christian ist dran. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Läuft alles. Jo, machen wir erstmal hier in der Richtung weiter. Ich lege mal die hier an. So, jetzt habe ich hier wieder gleiche Stärke ausliegen. Jetzt müsste ich mir mal ganz kurz überlegen, ob ich noch eine Führung ansagen kann. Also, 10 sind raus. 1, 2, 3, 4. Das heißt, mit 10 kannst du keine, weil es ist nur noch maximal 1, 10 im Spiel. Ich nehme mal mein Ölfass und schmeiße das auf die erste Karte. Die muss Michaela jetzt hier aus den Dings nehmen. Das fliegt aus dem Spiel raus. Ich habe also jetzt nur zweimal die Möglichkeit. Das ist ja meine optionale Geschichte. Und jetzt weiß ich auch nicht so richtig weiter, was ich machen soll. Das ist, aber bisher sind relativ wenig 9 raus, glaube ich. Ich gehe mal auf die 9 an der Stelle. Du gehst auf die 9. So, ich fange mal an hier zu spielen. Ich mache mal das hier so und nehme mal wieder eine Karte auf. So, das macht Michaela nur, um ihre Karten zu mühlen. Das sehe ich natürlich auf einen Blick, weil Lauf wäre ja nach oben gerichtet. Eine 6 in gelb. Ah, nee, eine 6. Das ist ja gar kein Farblauf. Das musst du ja gar nicht haben. Aber die 6 sind trotzdem schlecht, weil 6, es gibt ja 5 6en. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, 5. Wir haben ja nur 6. 5 verschiedene Farben. Habe ich mich da jetzt verraten? Du nicht 5, 6. Es gibt nur 5 verschiedene. 5, 6, 7. 5 verschiedene Karten gibt es. Also 5 verschiedene Farben gibt es nur. Von daher, es gibt nur 5 6en. 5 6en? Ja, ja. Gut, ich gehe hier auch mal auf Lauf. Wenn es verschiedene Farben sind, dann habe ich nachher eine höhere Zahl. Von daher könnte das funktionieren. Wir schauen einfach mal, was da passiert. Wir schauen einfach mal, was da passiert bei dir. Und man merkt eben auch schon, wenn Michaela halt eben hier nicht durchbricht. Ich mülle mich natürlich jetzt hier irgendwann zu. Irgendwann muss man vielleicht mal den Verteidiger auch durchbrechen lassen. Vielleicht einfach mal eine Taktikkarte spielen. Ich habe nur eine Taktikkarte. Und die passt nicht. Die passt nicht. Die passt einfach nicht. Das ist aber sehr ärgerlich, dass die nicht passt. So, ich spiele mal jetzt hier die Karte nochmal hin. Mal gucken, was hier noch so kommt. Ich gehe jetzt mal wieder in die Richtung. Dann mache ich hier mal die Karte hin. Und drüge mal eine neue Karte auf die Hand. So, ich packe den mal da so hin. Oh, da ist der schönen Lauf da. Auch noch ein Farblauf. Und noch so einen schönen hohen. Das ist aber ärgerlich. Gut, dann spiele ich die Karte hier hin. Und damit sage ich jetzt die Führung an. Und zwar habe ich jetzt hier, ist ja jede beliebige Formation, ich sage mal, gesucht. Ich habe jetzt die billigste Formation, die Summe. Die billigste, wohl wahr. Die rotteste, sage ich mal. Also die am schwächsten Formation. Jetzt müsste ich natürlich beweisen, dass Christian hier keine bessere Formation bilden kann. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Aber ich glaube, du kannst noch, weil die rote 8 noch drin ist, ne? Nein, die ist hier. Ah, die rote 8 ist raus. Die rote 10 ist raus. Von daher kann Christian die stärkste Formation, den Farblauf, nicht mehr bilden. Gleiche Stärke könntest du aber, glaube ich, noch bilden, ne? Ja. Ah, okay. Es sind noch genug Neuen drin, ne? Eins, zwei, drei. Ja, es sind erst drei Neuen raus. Also wie gesagt, es zählen ja nur dafür zum Beweisen aller ausliegenden Karten, die ausgespielt und auch die abgelegten. Okay, dann kann ich da leider noch keine Führung ansehen. Oh, wie schade. Ja, oh, wie schade eigentlich. Das stimmt wirklich. War ein netter Versuch. War ein netter Versuch. Dann nehme ich nochmal wieder eine neue Karte auf. Ich baue mir erstmal eine Null hin, weil... Ich kriege die nicht anders platziert. Die rote 11 ist ja noch nicht raus. Es sind ja eigentlich noch gar keine roten Karten richtig raus aus dem Spiel. Aber ich hätte ganz gerne mal so eine Taktikkarte. Ah. Hast du denn schon jetzt eine ausgespielt? Nee, immer noch nicht. Nee, aber jetzt geht es gleich los. Jetzt geht es gleich los. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, ist die gut. Ist die gut. Das ist meine Siegkarte. Meine ganz persönliche Siegkarte. Du hast ja Summe ausgelegt da hinten. Da hast du ja gar nichts weiteres, ne? Von daher könnte ich da ja auch mal auf die Summe gehen, ne? Das ist deine persönliche Siegkarte? Okay. Dann kriege ich jetzt Angst vor dieser Karte. Da, 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 dumm. Dann machen wir doch mal. So, ich mache erst mal mal eine optionale Aktion. Ich kann ja hier, kann ich ja Christian gar nicht mehr übertrumpfen, weil er hat ja da leider schon das Höchste. Von daher bringen wir die beiden Karten hier gar nichts. Wenn ich da vielleicht noch was werden möchte. Von daher lege ich die mal ab. Die legen wir mal hier dazu, dass wir farblich sortiert bleiben. Mit den Karten. Und dann bin ich ja dran. Aber 9 und 10. Und man sieht hier schon, ich hatte ja eingehend gesagt, bei diesen Läufen, egal ob ein Farblauf oder bei dem Lauf, ich sage mal mit verschiedenen Farben, in welcher Reihenfolge man die Karten ablegt, ist egal. Hauptsache nachher am Ende sieht man, dass es eine aufsteigende Kartenreihenfolge sein könnte. Christian hat jetzt hier ja auch nicht die 10 zuerst gelegt. Das muss man auch nicht, sondern erst die 9 und dann die 10. Von daher ist es vollkommen okay. Das ist hier ein Farblauf, also das Stärkste, was es gibt. Das ist natürlich sehr übel für mich. Mensch, das sieht ja wieder richtig gut aus für den Verteidiger hier. Der Stapel wird schon ganz schön mau. Von daher müssen wir mal gucken. So, ich werde jetzt hier mal eine Karte ausspielen, und zwar die 7. Das sieht momentan sehr, sehr gut für den Verteidiger aus, würde ich mal so sagen. Jetzt kommt eine Taktikkarte. So, jetzt ist es natürlich so, wir müssen hier mal ein bisschen Strategiehilfen machen. Da ist Michaela ja schon mal durchgebrochen. Das heißt, das ist so meine Schwachstelle in meiner ganzen Verteidigung aktuell. Die muss ich natürlich stark machen. Und das Stärkste, was es gibt, ist natürlich ein Farblauf. Das heißt 9, 10. Bisher ja, aber es müssen ja 3 sein. Das heißt, ich brauche entweder noch die 8 in schwarz. Scheinbar noch nicht gespielt. Ich habe sie leider nicht auf der Hand. Oder die 11. Die 11 ist natürlich das Stärkste, was es gibt. Eine 9, 10, 11 in der gleichen Farbe. An der Stelle wäre unschlagbar. Ist gut. Und die ist hier. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, um diese Karte auf unsere Seite zu machen. Und was kann man da machen? Man kann einen Verrat spielen. Das ist diese Karte, eine Taktikkarte. Und zwar wähle eine beliebige Karte auf der gegnerischen Seite. Ich glaube, das wird die sein. Und spiele sie auf deiner Seite aus. So, damit habe ich eben jetzt auch eine von diesen Taktikkarten gespielt. Michaela dürfte jetzt wieder eine spielen. So seht ihr die gar nicht mehr. Wir machen die mal hier mit dazu zu Christians. Also genau. Christian hat auch eine Taktikkarte gespielt. Man darf ja immer nur eine Taktikkarte mehr als der andere Spieler spielen. Das ist sehr wohl. Jetzt wechselt meine Karte die Seite. Richtig. Guten Tag. So, und damit ist das Ding schon mal komplett safe. Total safe. Es sei denn, sie hat irgendeine Taktikkarte, die da reinquitscht. Das weiß ich aus dem Kopf nicht, ehrlich gesagt. Und wir ziehen natürlich eine Karte nach. Das ist jetzt aber sehr übel für mich, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ja, dann legen wir hier mal die Karte an. Und dann ziehe ich hier mal eine Taktikkarte. Oh, die ist ja super, die Taktikkarte. Die ist ja sowas von so. Noch eine Taktikkarte. Noch eine Taktikkarte. Was hast du denn vor? Ja, das zeige ich dir gleich, was ich damit vorhabe. Na, sowas. So, jetzt müssen wir noch mal sicherheitshalber ein bisschen arbeiten. Und zwar, Michaela könnte mich hier immer noch wegkicken, sag ich mal, wenn sie jetzt hier die Elf hätte. Die rote Elf. Die ist nämlich noch nicht gespielt worden. Das wäre ihm so echt. Und dafür habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich so einen Ölkessel da mal runterschmeiße. Es ist ja noch die safe Seite. Es sind nicht mehr so viele Karten da. Von daher, ich glaube, das lasse ich mal an der Stelle. Stattdessen spiele ich jetzt mal die Geschichte aus. Das ist aber eine süße Summe, die du da jetzt hast. Immerhin 20 Punkte. Ja, das stimmt. In einer Farbe. So, ich spiele jetzt, also ich räume nichts ab. Meine optionale Aktion nutze ich nicht. Ich spiele jetzt diese Taktikkarte aus. Das ist ein Joker. Das heißt, wenn ich die Führung ansage, nehme diese Karte erst mal eine beliebige Farbe an und eine beliebige Zahl. Ich spiele die jetzt hier an. Habe ich das nicht gerade? Es ist, als ob ich das so gewusst hätte. So, zu einem beliebigen Zeitpunkt meines Zuges darf ich die Führung ansagen. Das mache ich jetzt. Und das ist jetzt natürlich eine rote Elf. Von daher, die stärkste Formation, die es gibt. Von daher, ich muss nichts beweisen. Stärker kann Christian auf der Seite nicht mehr werden, weil er müsste jetzt, dass, wenn er das Gleiche, selbst wenn er das Gleiche gelegt haben könnte, wäre ich mit meiner Formation früher fertig gewesen. Ich habe die zweite Taktikkarte gespielt. Jetzt darf ich erst mal wieder keine Taktikkarten spielen, weil ich jetzt wieder warten müsste, bis Christian die nächste, weil du hast ja bisher nur eine Taktikkarte gespielt. Nur eine? Die war so gut. So, die anderen beiden hat Christian hier hingelegt. Die rote haben wir noch nicht. Wir kriegen hier ein bisschen Platzproblem. Also, es liegen jetzt noch weitere Karten praktisch. Wir können ja die hier mal ein bisschen zusammenschieben, die hier vorne, und dann legen wir die roten hier mal so drunter. So, das war jetzt ja wieder mein Zug und dann darf ich ja noch eine Karte nachziehen und dann ziehen wir doch hier mal eine nach. Oh, okay. Und Christian ist dran. Jetzt muss ich zusehen, weil der Kartenstapel wird immer dünner. Es neigt sich dem Ende entgegen. Es neigt sich dem Ende entgegen, genau. So, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ja, ja. Oh Gott. Die 8. Die 8. La la la. Was brauchst du da? Die 8? Das ist eine 6. Oder die 7. 7, 8. 7, 8, gleiche Farbe. Puh. Weg damit. Das stimmt wohl einigermaßen. So, dann wollen wir hier mal eine 11 spielen und dann nehme ich noch eine Karte auf. Was machst du denn da? Und Christian ist dran. Was ich da mache, ich lege da Karten hin. Ganz froh und munter. Total sinnfrei. Okay, dann fangen wir hier mal an. Legen die Karte. Der Stapel wird kleiner. Zack, damit bin ich hier schon mal stärker als sie mit ihren 3 gleichen. Ja, ist ja gut jetzt. Ich habe es verstanden. Ja, ja, ja. Läuft. Ich glaube, ich verliere hier. Läuft. So, letzte Karte gezogen. Ich hätte jetzt noch einen letzten Zug, um zu gewinnen. Einen letzten Zug. Einen letzten Zug. Die Formation ist leider nicht vollständig. Von daher, ja. Ich hätte jetzt hier noch die 1, 2, 3. Hätte ich auch hier hinlegen können. Aber hier zählt ja einmal Lauf und Summe. Und ich hätte jetzt zwar einen Lauf dann gehabt mit 1, 2, 3. Aber der dann einen niedrigeren Lauf gehabt in der Summe. Weil Christian da, ich sage mal mehr, in der Summe der Karten mehr gehabt hätte. Ja, und damit hat Christian als Hüttel... Und ich habe noch 2 über. Ja, ja. Das ist extrem gut. Also so gut lief das selten. Aber Michaela hat auch eine Sache nicht gesehen. Sie hätte natürlich auch die rote L4 hinlegen können. Meine 0 wegnehmen. Ja, stimmt. Und dann wäre das schon alles kritischer geworden. Weil es gab nicht mehr so viele Nullen, glaube ich. Ja, aber ich hätte es trotzdem nicht mehr schaffen können. Der Kartenstapel war da manchmal. Und ich habe hier auch nicht gesehen. Hier habe ich auch wieder nicht aufgepasst. Den Fehler mache ich häufig. Christian hat hier natürlich eine Farbe liegen. Das heißt, Farbe ist natürlich stärker als Summe. Ich habe jetzt hier schon Farbmix liegen gehabt. Von daher hätte ich da ja nur eine Summe gehabt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Da falle ich manchmal immer noch drauf rein. Okay, so funktioniert das Spiel. Und ich würde mal sagen, dann kommen wir zu unserem Fazit. Und willst du anfangen? Das kann ich gerne machen. Normalerweise fängst du ja mit der Anleitung an. Ich nehme da schon mal ganz kurz Bezug drauf. Also, ich weiß gar nicht, du hast sie, glaube ich, vorgelesen. Ja, ich sehe sie ja meistens vor. Und das ist ja A, ein Spiel für 2 Personen, ist klar, ab 8 Jahre. Die Anleitung hat mich echt ins Krübeln gebracht. Also, ich habe es nicht verstanden. Also, Michaela hat es vorgelesen. Und wir haben es gefühlt beide nicht verstanden. So in einer gewissen Weile habe ich das dann schon eher verstanden, was damit gemeint ist. Weil es kommt natürlich schon so ein bisschen aus der Pokerecke. Also, sprich, irgendwas ist stärker als das andere. So ein Farblauf ist stärker als gleiche Stärke. Gleiche Stärke ist stärker als Farbe. Farbe ist stärker als Lauf. Und dann kommt eben Summe. Die Anleitung für mich, ich habe sie vor der Rezension noch mal durchgelesen. Jetzt war das für mich alles klar. Wenn man so blind in das Spiel reingeht, war es für mich zumindest nicht klar. Also, ich habe es nicht verstanden. Und wir haben auch gefühlt, glaube ich, die ersten zwei Spiele echt Fehler gemacht, wo wir dann noch mal nachlesen mussten. Und wir hatten auch irgendein Streitthema, wo ich gesagt habe, das ist so. Michaela meinte, das ist so. Wir haben uns danach auf das geeinigt, was ich gesagt hatte. Aber das war schwierig zu verstehen, weil da stand auch nirgendwo drin. Es steht ja drin, wenn du jetzt die Führung ansagst, dass du beweisen musst, anhand der ausliegenden Karten, ob der Verteidiger noch eine stärkere Formation bilden kann. Genau. Und da hatten wir am Anfang das so, du hattest das dann so gesagt, wenn jetzt hier zum Beispiel... Wenn ich vier Karten liege und Michaela hätte jetzt hier zum Beispiel... Also, ich bin der Angreifer, sage ich mal. Michaela hat das so. Und ich liege jetzt... Mach das so von meiner Seite. Ich verstehe mal das nicht. Hier ist der Angreifer auf der Seite. Der ist ja auf der Seite. So, ich bin jetzt der Angreifer oder der Angreifer spielt jetzt diese Karte. Zack. Und ich hätte jetzt hier als Verteidiger nur das gehabt. Also, 3, 4, 5. Dann ist es ja theoretisch so, 5, 6, 7 würde gehen oder 6, 7, 8. In grün wäre dann stärker als das hier. Wir, oder ich habe zumindest dann gesagt, ich kann jetzt hier als Angreifer die Führung ansagen, weil ich habe ja drei Karten gespielt und im nächsten Zug, wenn der Verteidiger dran wäre, kann er ja nur noch eine Karte legen. Damit habe ich hier erfüllt drei Karten. Der Verteidiger hat nur zwei Karten im Maximalfall gespielt und kann damit gar nicht gewinnen. Und deshalb gewinnt diese Führung. Und das ist eben ein Fehler. Also, es geht wirklich darum, irgendwann durch irgendwelche Kombinationen von Karten, die eben noch nicht ausliegen, könnte man hier stärker sein als Verteidiger. Dann kann ich nicht die Führung ansagen. Und das war an einem Beispiel hier, konnte man das ableiten, in Anführungszeichen. Das ist wie mit FAQs. Ich lese mir Beispiele selten durch in Anleitung, ich lese mir auch FAQs selten durch, egal wie auch immer. Also, das hat sich jetzt erst später, deutlich später ergeben und das war ein bisschen schade eigentlich. Und vor allem, das ist ja ein sehr wichtiges Spielelement, gerade auch mit dem Verteidiger. Wir hatten am Anfang wirklich, haben uns die Frage gestellt, ob der Angreifer eigentlich immer in der besseren, ich sage mal, Position ist. Weil er ja immer angreift. Also, er macht ja immer den ersten, die erste Karte spielt er aus und als Verteidiger musste man ja immer auf der gleichen Seite reagieren, ob es nun passt oder nicht, damit er dort nicht eine Mehrheit hat. Und damit hat sich das Spiel komplett anders gespielt, als es eben sich wirklich spielt, wenn man es jetzt nach den richtigen Regeln macht. Genau, weil du dann ja nicht reagieren musst in dem Moment. Genau, du kannst verteilen dann. Du kannst verteilen, weil du ja erst, ich sage mal, der Verteidiger oder der Angreifer muss ja beweisen, dass mit den Karten, die ausliegen, du zu keinem Zeitpunkt die richtige Formation mehr bilden kannst, die besser ist. Und das ist eben der nächste Punkt, Karten, die ausliegen. Das heißt, die, die jetzt hier in der Burg liegen oder im Verteidigungsangriffsbereich und eben auf der Ablage und nicht, was man auf der Hand hat. Und das war eben auch im ersten Spiel so, ich sage die Führung, kannst du doch gar nicht, da fehlt doch noch eine Elf. Ja, aber ich habe die Elf auf der Hand. Nee, eben gerade nicht, da muss auch die Elf wirklich gespielt werden, jetzt als Beispiel. Und das kam in der Anleitung echt beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel echt schlecht rüber und das fand ich echt schade. Also ansonsten, das Spiel, egal ob man es jetzt mit dieser Erweiterungsvariante, mit den Taktikkarten spielt oder eben nackt, ohne die Geschichte, macht total viel Spaß. Also wir spielen das unglaublich gerne, auch immer dann eben wechseln, der eine ist der Angreifer, der andere ist der Verteidiger. Es ist jedes Mal anders, es ist natürlich ein Glückselement dabei, was habe ich auf der Hand, was ziehe ich nach? Logisch, was zieht der Gegner, passt es gerade bei ihm irgendwie mit rein, aber es fühlt sich nicht so stark nach Glück an irgendwie, weil man hat eben hier diese Mauerabschnitte, man kann seine Karten verteilen, man kann eben schauen, man muss teilweise schauen, wo bin ich stärker, wo kann ich meine Karten einfach stärker platzieren, als wenn ich gewisse Vorgaben habe, wo ich gegenhalten muss. Und auch da ist es wirklich so, mal kann man wirklich als Verteidiger forciert wirklich nur ein Mauerplättchen die ganze Zeit angreifen gefühlt, um da durchzubrechen. Als Angreifer. Ja, als Angreifer. Als Verteidiger kann man ein Mauerplättchen angreifen. Ich meine der Angreifer. Oder eben man spreadet es ein bisschen, also man geht auf die Fläche, man versucht hier einmal umzudrehen, da umzudrehen, hier umzudrehen und dann über diese vier einzelnen umgedrehten Mauerplättchen den Sieg herbeizuführen. Ähm, macht total viel Spaß. Lustig ist auch, wir haben irgendwie, das sind ja jetzt, so wie wir es erklärt haben, es ist ja eigentlich schon ein relativ einfaches Spiel, sag ich mal. Man muss drüber nachdenken, aber die Spielregeln sind eigentlich relativ einfach. Was uns aber total häufig, was wir vergessen haben, entweder als Verteidiger die Ölkisten runterzuschmeißen, also die Ölkessel runterzuschmeißen, oder als Angreifer auch abzuräumen. Weil dieses Abräumen ist natürlich ein cooles Entmüllen. Also man hat es ja hier bei mir gesehen, ich habe mich jetzt teilweise wirklich schon viele Karten hier liegen gehabt und ich bin eben meine Handkarten, die passten nachher irgendwann nicht mehr. Und das ist eben der Vorteil vom Angreifer. Er kann sagen, na gut, hat nicht funktioniert der Angriff, Karten weg, ich baue das nochmal neu auf. Oder damit foppt er vielleicht auch, dass er damit erstmal eine Finte aufbaut, dass er sagt, er baut hier eine leichtere Reihe auf und der Verteidiger meint, damit hat er schon gegen gehalten und ist aber gar nicht so. Genau, deshalb muss man das eben, kleiner Tipp, so machen, dass man auf gar keinen Fall gefoppt werden kann. Wie hier zum Beispiel. Das Einzige wäre halt eben, wenn man mit den Taktikkarten spielt, was ich eben hatte verraten, dann fliegt der ja auf die andere Seite. Die Acht ist weg, die Elf ist weg und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so viel wert. Also von daher, das ist eben, es ist ein Glücksfaktor dabei, finde ich aber vollkommen okay. Und wie gesagt, mir macht das Spiel echt total viel Spaß. Ich spiele es unglaublich gerne als Verteidiger, auch als Angreifer mit den Taktikkarten ehrlich gesagt. Ohne geht es auch, aber ich finde das einfach lustiger, weil das noch ein bisschen mehr Pepp in die ganze Geschichte reinbringt. Und ich finde es eigentlich ein sehr gutes Spiel, auch preis-leistungsmäßig. Wir haben Plättchen, wir haben schöne Karten, große Karten, lustige Illustrationen, wir haben hier Holzteile. Das passt preis-leistungsmäßig auch alles wunderbar zusammen. Aber durch die Anleitung und durch die Titulierung, also es wird ja gesagt, ab acht Jahre. Und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass man das als Kind mit acht Jahren spielen kann. Nicht mit der Anleitung und auch nicht mit den Mechanismen, die sich einfach taktisch ergeben, wo man da seine Stärken reinmacht. Das ist eben nicht Elfer raus, wo ich irgendwo an der Seite anlegen kann, sondern das Ding ist echt tiefer. Und ich würde sagen, also diese ab acht Jahre passt nicht. Du kannst mal so sagen, wir haben es mit unserem Sohn noch nicht ausprobiert. Der ist ja neun, aber probiert haben wir es mit ihm. Aber wie gesagt, gefühlt glaube ich nicht. Also so wie wir das spielen, wir spielen das gefühlt auf einem taktisch höheren Niveau. Das würde ein achtjähriger nicht hinbekommen. Das ist das eine. Und die Anleitung, die hat mir echt nicht gefallen. Und das ist echt schade. Man hätte das viel, viel einfacher darstellen können in meinen Augen. Einfacher die Hartregeln plus eben nachher die Ergänzungen dazu. Das hätte man deutlich besser machen können in meinen Augen. Das sind so die zwei Hauptkreditpunkte, die ich dabei habe. Deshalb gebe ich keinen sehr gut, sondern ich gebe einen guten. Okay, dann mache ich mal weiter. Christian hat ja schon sehr viel zur Anleitung gesagt. Also da gehe ich wirklich mit dir konform. Ich finde, für dieses Spielprinzip, was es eigentlich ist, also ein einfaches Spielprinzip, hätte die Anleitung viel besser geschrieben sein können. Dann was du sagst, wir haben am Anfang wirklich diese Fehler gemacht. Und ich finde es auch total unglücklich, dass diese eine Sache hier als Beispiel ist, was Christian schon gesagt hat. Ja, und vor allem Beispiel im Foto, also im Bild. Also hier sind vier Karten beim Angreifer, hier sind nur zwei beim Verteidiger. Und darüber haben wir das dann nachher abgeleitet, in Anführungszeichen. Ja, hier steht es aber auch so im Text drin. Also im Text steht es auch so drin. Hier hinten ist halt, wenn bei der Führung, wo der, ich sag mal, der Angreifer die Führung ansagt, steht das halt nicht so drin. Und das, finde ich, ist wirklich schon, ja, ist echt nicht so glücklich gemacht, weil dadurch macht man halt die Fehler. Und ich finde das schade bei so einem kleinen Spiel, wenn man da nicht so einfach reinkommt, wie man eigentlich reinkommen könnte. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also es hat uns ja zum Anfang nicht so den Spielspaß genommen, das kann ich gar nicht so sagen. Aber es war dann halt schon doof, wir haben es irgendwie verkehrt gespielt. Und dadurch war es am Anfang gefühlt bei uns auch so, dass der Angreifer häufiger gewonnen hat als der Verteidiger. Weil es wirklich so war, dass, wie Christian das ja gerade schon beschrieben hat, der Angreifer hat hier drei Karten liegen oder schon zwei. Und dann war der Verteidiger beim Zugzwang, er musste hier Karten hinlegen. Weil wenn, so wie wir es am Anfang falsch gespielt hätten, sobald der Angreifer hier drei hat und der andere hat hier nur eine Karte liegen, dann kann er ja am nächsten Zug gar keine zwei, sondern nur eine spielen. Und das ist natürlich blöd. Und das war natürlich am Anfang schon so ein bisschen, wo wir gesagt haben, da hat ja der Angreifer tendenziell doch bessere Möglichkeiten. Und das ist natürlich unglücklich, wenn das so eine Anleitung nicht ausdrücklich drinsteht, weil das ist ein sehr, sehr elementares Spiel. Weil dadurch spielt sich der Verteidiger komplett anders, weil du bist dadurch nicht so im Zugzwang und musst gucken, oh Gott, der Angreifer, da hat schon seine zweite Karte liegen. Ich muss da unbedingt was hinlegen. Ja, mal zwei Vorsprung, dann ist es ihr gegessen an der Stelle. Genau, weil sonst hat er das gleich gewonnen. Also das ist schon wirklich elementar. Und das finde ich auch nicht so gut. Und ich finde auch so von der Übersichtlichkeit hätte die Anleitung ein bisschen besser geschrieben sein können. Also das finde ich ist wirklich ein Manko hier bei dem Spiel. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ansonsten hatte ich ja auch schon gesagt, das Spielprinzip wirklich einfach. Wobei ich auch immer sagen musste, ich habe schon ein bisschen, aber ich spiele auch kein Skat oder Poker. Poker ist es eigentlich eher, sagst du. Ich spiele beides nicht. Von daher ist man da vielleicht auch schon ein bisschen ein Vorteil, wenn man das so kennt. Ja, aber die Karten sehen ja offen aus. Ich sage mal, bei Skat zum Beispiel sind die Karten ja verdeckt. Da musst du ja mitzählen. Das ist ja viel schwieriger. Ja, ist ja egal. Trotzdem, vielleicht hat man da trotzdem das dann einfacher. Also ich habe am Anfang wirklich erst mal so, Christian, musst du mir fünfmal erklären, nee, du hast doch jetzt das. Dann kommt doch das. Und das ist mir jetzt ja hier gerade wieder passiert. Christian hatte hier nur blaue Karten liegen. Dadurch hatte er ja hier Farbe. Flash. Und ich hatte hier ja schon die Kombination so liegen. Das heißt Summe, aber auch verschiedene Farben. Von daher wäre das ja nur Summe gewesen. Und da bin ich wieder, ich sage mal, hintenüber gefallen, weil ich wieder nicht drauf geachtet habe, dass Farbe ja stärker ist als Summe. Also das hat bei mir echt so ein bisschen gedauert, bis ich es so verinnerlicht habe, was so, ich sage mal, die stärkste Formation ist und was die schwächste. Und was Christian auch gesagt hat, dass man hier dieses mit den Ölkässeln, ich hatte auch im Einspiel, da war ich der Verteidiger und ich hatte noch alle drei Ölkässe und ich habe einfach partout nicht dran gedacht. Und die letzte Karte lag da und Christian zieht die letzte Karte und sagt, warum hast du eigentlich kein Ölkässel geschossen? Und ich habe mich total geärgert, weil ich eigentlich gewonnen hätte, weil ich war Verteidiger, die letzte Karte wurde gezogen. Christian hätte in dem Wann als Angreifer gar nicht gewinnen können. Aber mit der letzten Karte konnte ich noch den Zug machen und damit bin ich durchgebrochen. Genau, damit bist du durchgebrochen. Aber ich hätte einen Ölkässel schmeißen können, um das zu verhindern. Davor, ja. Ich hatte noch drei Ölkässe. Oh, das ist wirklich manchmal so, bei so einem kleinen, einfachen Spiel, dass man da so kleine, einfache Sachen vergisst. Auch das mit dem, was Christian schon sagte, mit dem Angreifer hier, dass der so die Formation abräumen kann, optional, dass er sagen kann, ich nehme hier von verschiedenen Mauerabschnitten so viel wie ich möchte, halt Karten weg, lege die raus und erst dann lege ich eine Karte hin. Dadurch kann man natürlich auch so ein bisschen versuchen, wenn man Karten auslegt, erst mal vielleicht den Verteidiger so ein bisschen in die Irre zu führen, dass der Karten hinlegt und denkt, fühlt sich damit sicher, weil der Verteidiger kann ja seine Karten nicht einfach wieder abräumen. Das ist das Problem. Es sei denn, wenn man mit den Taktikvarianten spielt, dass da vielleicht noch eine Karte mit drin ist, wie er das dann hinbekommt, was ich ja hier hatte mit der Explosion zum Beispiel. Also von daher muss man da wirklich drauf achten. Das hat auch wirklich gute taktische Elemente dann für beide Seiten, letztendlich an die man aber denken muss und irgendwie bei so einem einfachen Spiel haben wir die trotzdem wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, wieso. Oder auch hier mit der Elf, das fand ich auch ganz schön, dass man dann mit der Null halt die Elf negieren kann oder umgekehrt, sofern man sie am gleichen Mauerabschnitt spielt. Also wenn jetzt Christian hier, die darf er ja nicht mehr, weil ja, da hat er ja schon vier Karten, aber er hat jetzt hier die Null hingelegt, hat er ja meine Elf. Das haben wir ja vorhin im Spiel gezeigt und umgekehrt ja auch. Das muss man halt auch mal so ein bisschen im Kopf behalten, wobei ich auch häufig so auf der Hand die gleiche Null wie die Elf hatte. Also irgendwie hatte ich per Zufall häufig auch die gleichen Fragen. Was aber schön ist, damit weißt du, die Elf ist die stärkste Karte an der Stelle und die Null kann ja auch nicht behaupten werden. Aber umgekehrt ist es manchmal dann auch so, dann will man vielleicht beim Gegner ganz gerne mit der Funktion und kriegt aber die Null oder die Elf dazu nicht auf die Hand oder man braucht die Elf vielleicht woanders. Dann muss man dann natürlich auch für sich einschätzen, was möchte ich jetzt? Möchte ich da mit dem Gegner die Null wegnehmen, damit er hier nicht das Schwächste hat, also die niedrigste Summe oder wie auch immer, spiele ich sie an anderer Stelle, weil ich sie eigentlich brauche. Also von daher wirklich von den Taktik-Karten vielleicht noch ganz kurz. Da gibt es da so elf verschiedene. Es gibt hier nochmal so einen Joker, den hatte ich euch ja gerade auch schon gezeigt. Wie gesagt, der nimmt immer dann, wenn man Führung ansagt, Farbe und Zahl, an die man sie möchte. Eine Zehn in jeder Farbe. Genau, das ist auch praktisch ein Joker, aber nur in der Farbe. Das heißt, wenn man die spielt, die Zahl ist hier vorgegeben, aber man kann halt noch die Farbe annehmen und diese Karten werden halt immer, muss man halt da immer dann ansagen, wenn der Gegner oder der Angreifer die Führung ansagt, dann sagt man hier halt, bei dem hier Zahl und Farbe und bei dem die Farbe dann an. Und dann gibt es hier zum Beispiel noch andere. Hier zum Beispiel Rekrutierung. Wähle eine beliebige abgeworfene Karte und spiele sie auf deiner Seite des Mauerplättchens aus. Oder den Neuansatz. Wähle eine beliebige Karte auf deiner Seite der Mauer und verlege sie entweder auf deiner Seite zu einem anderen Mauerplättchen oder wirf sie ab. Also es gibt hier halt elf insgesamt verschiedene Karten. Aber was ich da auch ganz gut finde, was da auch ganz gut geregelt wurde, dass man natürlich nicht beliebig viele spielen kann, sondern dass man da letztendlich gucken muss, man darf immer nur eine Karte mehr haben als der Gegner, weil ich glaube, sonst könnte das natürlich auch zu mächtig werden. Ja, weil ich sage mal, der Verteidiger will natürlich, dass der normale Stapel sich stark reduziert, damit er dann darüber ja gewinnt. Und der Verteidiger, der Angreifer, der möchte natürlich das in die Länge ziehen. Schlussendlich. Ja, das steht hier übrigens explizit auch noch nicht mal drin. Also wenn man jetzt diesen Taktik-Kartenstapel dazu nimmt, steht hier halt nicht drin. Es steht halt in der Anleitung nur drin, wenn der Kartenstapel aufgebraucht ist und die letzte Karte gezogen wird, hat der Angreifer noch einen Zug und kann versuchen zu gewinnen, schafft er es dann nicht, hat halt der Verteidiger gewonnen. Aber von der Logik her muss es natürlich so sein, weil man die Karten ja gar nicht jederzeit spielen kann. Das wäre sonst ja nicht. Ja, das ist Hausregel, die aber stimmen müsste, ja. Genau, also von daher, das steht hier aber auch nicht explizit drin. Ich finde, das ist aber auch so eine kleine Sache, die hätte man auch mit reinschreiben können. Das darf natürlich nicht, wenn man das mit der Taktik-Variante spielt, dass das nicht zu dem Kartenstapel gehört, der mit durchgespielt werden muss letztendlich. Ja, also von daher, mir gefällt die Spiele auch super gut. Wir haben es mittlerweile 13 Mal gespielt und das war auf einmal so, wenn wir gespielt haben, oh, lass uns nochmal. Jetzt will ich auch versuchen. Woran lag es jetzt? Ich möchte es auch haben. Glücks-Element ist ganz klar mit dabei, weil welche Karten zieht man, hat man hier jetzt ja auch schon gesehen. Wobei man hat halt immer so ein bisschen Möglichkeiten. Ich als Angreifer kann mich ja schon so ein bisschen entmüllen und könnte dann die Karten wieder abschmeißen von einer Kartenreihe letztendlich. Je mehr Karten das werden, umso mehr guckt man aber auch so, welche Karten sind raus, was passiert da. Da muss ich natürlich als Angreifer auch immer aufpassen, weil ich kann ja zu jeder Zeit auch an mehreren Mauerabschnitten dann die Führung ansagen. Und da muss man natürlich echt aufpassen. Kann ich jetzt da? Passt das jetzt da? Oder hat der Verteidiger noch die Möglichkeit? Und welche Karten sind raus? Welche sind noch drin? Also von daher, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen alles im Blick behalten. Aber mir gefällt dieses Spiel wirklich auch super gut, auch wenn ich hier, das liegt aber an mir, irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin. Auf der Rückseite ist übrigens auch nochmal drin, was es dann nachher, ich sag mal, noch für andere Möglichkeiten gibt. Wenn man die Mauerplättchen umdreht, verändert sich das ja und unter Umständen noch, was ist dann hier zum Beispiel Farbe und Summe, was dann als neue Formation oder nur als Formation dann gilt. Aber das ist hier auf der Rückseite dann auch nochmal drauf. Also von daher, mir gefällt das Spiel richtig gut. Also für mich ist es sogar ein ausgezeichnetes Spiel und ich gebe, also neun Punkte eigentlich, aber ich gebe auch einen kleinen halben Punkt Abzug wegen der Anleitung. Also von mir bekommt das Spiel 8,5 Punkte, weil also gerade dieses, das ist eigentlich wirklich ein zentrales Element, was wir gesagt haben, dass das hier nicht irgendwo drin steht und ja, das finde ich echt wirklich sehr, sehr schade. Also von daher gibt es von mir nur einen kleineren Abzug wie bei Christian. Von mir bekommt das Spiel 8,5 Punkte, gefällt mir wirklich super gut und ich hätte jetzt auch sofort Lust, nochmal eine neue Partie zu spielen, also wirklich ein ganz tolles Zwei-Personen-Spiel. Ja, das ist doch eine klare Ansage. Wobei ich auch noch nicht weiß, was das hier mit Koch, also mit dem Hühnchen und dem Koch aus sich hat, also warum das Hühnchen in der Burg ist und der Koch da rein will. Aber vielleicht will er das Hühnchen kochen. Ja, natürlich, klar. Das denke ich doch mal. Das wird wahrscheinlich die Hintergrundgeschichte sein. Ja, also die Hintergrundgeschichte ist eigentlich, dass wir irgendwo so in Schottland sind, wie der Name schon sagt, dass der Verteidiger halt eben am Nippen von seinem Whisky ist und dass plötzlich der Angreifer vor der Tür steht, weil er gerne, ja, die Miete zahlen möchte. Nee, du sollst ausziehen, ne? Ja, genau. Dein Zeitpunkt für den Auszug ist gekommen. Genau, weil er rein möchte und dann selber Miete zahlen, das mag ich. Das hat also nichts mit Koch und Hühnchen zu tun. Nee, ist aber ganz niedlich eigentlich. Okay. Cool finde ich den eigentlich, ja. Der so Münchhausen-mäßig auf der Katapultkugel sitzt. Ja, also die harten Illustrationen sind wirklich, wenn man sich diese zwischendurch mal anguckt, die sind wirklich echt ganz witzig und lustig gemacht. Also die Elf ist immer der Koch und die Null ist immer das Hühnchen und die anderen Karten sind dann halt immer, das ist ja sogar noch so eine Taktik-Karte, das ist ja noch eine andere Karte, aber hier zum Beispiel, sie sind wirklich, ich finde, die sind echt schön illustriert. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Schotten-Totten 2. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, das wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.